Ich glaube, sie hat die Nummer 9 oder 10 vor, wo der umgekehrte Fall ist, wo mein Dezernat einen solchen Verteiler aufweist und links... Das ist ebenso richtig, denn es wurde in der Praxis nicht... Nein, Herr Generalstaatsanwalt, sondern in der Praxis sehen die Fälle anders aus, als wenn ich einen einzigen Vorgang herausziehe. Es ist so, wie ich sagte, in allen Zentralinstanzen üblich gewesen. Das war ja die Vorschrift, nicht nur im Reichssicherheitshauptamt und im Auswärtigen Amt. Das war ja die Vorschrift, nicht nur im Reichssicherheit. also in fact it was something quite exceptional because the documents usually were presented by one authority to the other for joint signing Und dies, in accordance with the plan for the distribution of such documents, the list of distribution, it was customary that every department had to do it, and the central instances had to do the same. For instance, there is a document here, number 9 or 10, and there it is the other way around. My department drew up a document which had a list of distribution here on the left side, and there on the left side it says, and in reply to the Attorney General, yes, that is true as well, because in fact, how was it correct, black and white at the same time? No, it was different, it was one letter, and this was customary in all offices, not only in the foreign ministry. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. President of the court. President of the court. Go ahead, sir. President of the court. Go ahead, sir. The agreement between Bela and Danica for the deportation of police from Hungary was made after Danica received from you a confirmation on the telephone to enter into this agreement, correct? And that's nearer, must ich aus den Akten ergeben, was die Akten besagen, das stimmt. Ich selber weiß es aus dem, aus, aus, auf Anhieb nicht. Ich weiß nur, was ich hier aus den Akten über diesen Fall Bultarien gelesen habe. Und zwar ist es ein besprechungsergebnis zwischen Müller und Luther gewesen. In fact, das war das Resultat von einem Gespräch zwischen Müller und Luther. Das ist das, was man gathersk von dem Dokument. Aber Danikar hat es mit Ihnen gesprochen, Korin. Sie gab ihm eine Konfirmation, um zu enterren in das Gespräch zwischen Müller. Das war nicht die Erklärung, dass ein Konfirm war, dass ein Konfirm war für die Jews. Ungewöhnlich. Wie ist es, dass Sie nicht erinnern können? Ich kann mich auch beispielsweise an das Antonescu-Übereinkommen nicht entzinnen. Das habe ich hier im Aktenstudium entgegengenommen. Aber ich kann nicht erinnern, dass die Antonescu-Übereinkommen nicht entdeckte. Ich habe nur das von den Dokumenten. Was ist Adolf Eichmann ohne Dokumente? Oder Adolf Eichmann ohne Dokumente? Oder Adolf Eichmann und 1.600 Dokumente, die B0-06 gelten, in erzeugen. Herr Präsident, diese Fragen sind eigentlich keine Fragen zur Sache und zur Aufklärung des Sachverhalts. Und ich bitte doch, den Ankläger zu veranlassen, Fragen zur Sache zu stellen und nicht Dinge zu bringen, die eigentlich nur am Rande liegen und nachher beurteilung des Plädoyers sein sollten. Dr. Servatios, Herr Herr Präsident, These questions are not to the point and not for the clarification of fact. May I ask the call to ask the prosecution to put questions to the point? Dr. Servatios, Herr Präsident, we do not believe that these questions are beyond the scope of a normal cross-examination. I have to give clear and accurate answers here and it is my desire to do so. Und wenn ich die Sachen vortragen wollte, dann würde das zustande kommen, was in den sechs Bänden meines Verhörs ist. Das ist zum großen Teil völlig richtig. Aber ich habe hier versucht zu rekonstruieren. Heute, nach dem Aktenstudium, bin ich selbstverständlich in der Lage, die Dinge ganz anders zu schildern. Und ich wundere mich selbst, wenn ich mal eine Stelle in diesem Verhör lese, wie teufelhaft und zusammengestoppelt, Sie selber sagten es einmal, Herr Generalstaatsanwalt, und ich gebe Ihnen völlig recht, ich die Sache damals von mir gegeben habe. Mangels Sachkenntnis aus Gründen der nicht vorhandenen Erinnerung. Es ist sehr schwer, in dieser ungeheuren Materie sich durchschwimmend zurechtzufinden. Und ich darf noch einmal sagen, ich dürfte es ja gar nicht wagen, bei dieser ungeheuren Materie überhaupt nur den Versuch einer bewussten Unwahrheit zu machen. Ich würde ja sofort über mich selbst stolpern. Das ist das, was du machst. Wenn ich wollte, die Dinge aus dem Verhör, was passiert, was passiert, was passiert, in diesem Verhör, in diesem Verhör, in diesem Verhör, in diesem Verhör, was passiert, in diesem Verhör, in diesem Verhör, in meinem Verhör, zu Polis Bureau 06. Und da habe ich gesagt, ich sprach mehr oder weniger rechtlich, aber diese waren Dinge, die sich nicht mehr überrascht haben. Ich hatte keine Feuer. Und ohne die Feuer zu meinem Verhör, das ist alles, was ich konnte. Und dann, in der Verhör, in der Verhör, in der Verhör, es kam mehr als einmal, wie Sie erwähnt haben, Herr Attorney General, dass es eine Antwort war, die sehr verhörte, und ich stutter und so weiter. der Verhör, in der Verhör, im Zikaron bilwax, wa Alarmakachmer, der Verhör, die nur Einführung, die möglichkeit ist, wenn ich nur auf meine Erinnerung Es ist schwer, in diesem Otio, in diesen großen in diesem Verhör, in der Verhör in den letzten In den letzten Verhör, kommt weiter, auch diewarze, in dem Verhör, die nur sohnliche Ruhe, sondern auch die lámerene die Unfall auf dem Verhör. weil dann, ich nur auf meine eigenen Hände, wie es gäbe sein. Yes, das ist das, Das ist es ja, ich habe ihn nicht hingeschickt, sondern Danneke ist aufgrund eines Übereinkommens zwischen Müller und Luther nach Bulgarien gegangen, das steht hier in dem Briefwechsel drin. Und es ist klar, dass Danneke die grundsätzlichen Weisungen vor seiner Abreise nach Bulgarien bezogen hat und nach diesen Weisungen in Bulgarien verfahren ist. Am Ende stand eben dann so ein Übereinkommen zwischen ihm und dem Judenkommissar Pelef. Das ist sachlich richtig. Das ist es. Ich habe nicht gesagt, Danneke, Danneke hat eine Art von Lüther bevor er nach Bulgarien ging und es sagt in der Korrespondenz, dass Danneke receivte instructions bevor er nach Bulgarien. Und dann in Bulgarien, er hat diese Art von Lüther und dann in Bulgarien er bekommen hat. Das ist noch gar nicht raus, Herr Generalstaatsanwalt, ob er die von mir bekommen hat, ob ich sie überhaupt von Müller bekommen habe zur Weitergabe und ob Danneke sie nicht direkt bekommen hat. Das hat nicht been made clear at all, Mr. Attorney General, Herr General, ob er die Begriffe bekommen hat, ob er diese Art von mir oder von jemandem erhebte. Hilf mir, verifiziere ich das. Hilf mir, ob er die Begriffe bekommen hat oder nicht. Ich frage Sie. Selbstverständlich bin ich auch damit befasst. Ich kann mich durchaus nicht rausziehen an der ganzen Angelegenheit. Aber das ist nicht im Fall Bulgarien alleine, sondern das muss ich für all diese Begriffe bekommen. Es war nicht nur mit Begriffe, sondern in anderen Ländern auch. Wenn Sie diese Antworten 15 Minuten vorhin haben, würden wir sagen, dass wir die Zeit verraten. Look now at T-739. See what it says. That further to a telephone conversation with you, Daneker drew up this famous contract. Correct? Now, since you see this document, can you remember this telephone conversation between Sofia and Berlin? This telephone conversation can be different than the explanation of Daneker, that the agreement with Benek is perfectionized. And then, doubtful, and this is very difficult, I will say, then send this agreement. That I take out of this letter. You gave your O.K. that he can sign the contract. No, that doesn't do it. There is not in it that the confirmation has been given. I would not be able to do that. To do it. This long-distance telephone conversation could have had no other contents, but Daneker's statement that he had in fact reached this agreement to Benek and then I must have replied when you received this contract. Did it satisfy you? Well, Daneker was a worthless man and you could have had better conditions. When I received this agreement, I must have sent it on to the superior authorities. And in reply to the question by the General, no, I suppose that from strictly the service point of view, I was satisfied, but this had no influence on the developments whether I was satisfied or not. The question is to what extent were the chief of my bureau and the chief of the security police and the SD happy about this? there was a paragraph in this agreement according to which Bulgaria undertook never to demand the return of the Jews handed over to the Reich. Why this paragraph? What was the reason? This clause was inserted in irgendeine Zeit als es mit irgendeinem Land Schwierigkeiten gab. Ich weiß aber nicht mehr mit welchem Land. was inserted because of general orders from above and this dated back to a previous case with another country with some difficulties arose. I am not speaking of any country or any possible physicals. I am referring to the mask with Blogaria, the one signed by Danika. Why paragraph 8? The document is T938. 70,000 Jews. I want to know why. Wenn ich unbedingt eine Antwort geben muss, dann werde ich versuchen das zu rekonstruieren ob es wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, denn ich kann mich auf diese Dinge nicht entzinnen. If I must reply to this under all conditions, then I'll try to reconstruct these matters. I am not sure whether this would be a correct picture because I do not recollect all of it. Good, according to your memory. Can this point nichts anderes bedeuten als das seitens der verantwortlichen Stellen im Reich wert darauf gelegt wurde keinen Juden der mal aus irgendeinem Land in diesem Fall Bulgarien geportiert ist wieder zurückkommen zu lassen um etwa zu erzählen was er erlebt und gesehen hat. Das ist die Antwort die ich darauf geben kann. Ich weiß sie jedoch nicht aus Erinnerung ich habe sie hier konstruiert. dass ich solche Anordnungen nie von mir ausgetroffen habe. Ich darf aber bemerken dass ich um diese Zeit auch gewusst habe dass ein Teil der Juden vernichtet wird. Das habe ich aber an anderer Stelle schon längst zugegeben. Ich glaube, das ist die Zeit nicht. Ich glaube, das ist die Zeit Das ist meine Antwort auf diese Punkt, aber ich muss wieder sagen, es ist eine Reconstruktion, die ich gemacht habe. Und in reply to the second person, the Attorney General, I wish to stress that I did not give these instructions, but it is of course true that I had known at the time that one part of these Jews were being exterminated, but I have admitted this before. I have admitted this a long time ago. I have admitted this a long time ago. No. It is a correction by President of court. An anderen Stellen, meinen Sie hier an Ihrer Aussage, ja? Bitte? An anderen Stellen, haben Sie das zugegeben. Sie meinen hier an anderen Stellen in Ihrer Aussage? Hier, jawohl, in meiner Aussage. I have admitted in other places, in my statement, in my statement. Now, let us take up another document. You are so attached to the documents. Here, P-874, a famous letter by Benzler, with a remark by Rademacher. Eichmann schlägt der Schießen vor. Eichmann proposes Schuss to kill by shooting. I have always said that documents speak well. Everything can be inferred from documents. Here, you have a document. Jawohl, es stimmt auch, dass Dokumente eine klare Sprache sprechen. Es kommt natürlich darauf an, dass der Bearbeiter nicht ein schlampiger Bearbeiter ist, sondern ein ordentlicher Beamter, ein ordentlicher, akkurater Aktenbearbeiter. Es ist dies nicht das einzige Dokument, das Rademacher in dieser schlampigen Form absetzt, sondern ich habe deren einige gesammelt und kann die Fehler angeben. Dazu darf ich bemerken, dass ich es ja sehr leicht hätte haben können, wenn ich mir lediglich den Inhalt der Aussage von Rademacher in Nürnberg zu eigen gemacht hätte. Aber auch diese habe ich nicht gebraucht, weil es den Tatsachen nicht entspricht und weil die Sinnwidrigkeit dieses Vermerkes aus der Erklärung, die ich gegeben habe, alleine schon herausgeht. Und außerdem, ich stehe unter Eid, wird es auch noch wiegen, wenn ich sage, dass ich solch eine Erklärung nie gegeben habe. Und die Tatsache der Erschießung dann, durch wen und wie, das beweist ein Übriges. Yes, it is true. It is true. It means, speak a clear language. But the assumption is that this would be a document drawn up by someone who is not a sloppy bureaucrat, but a good office man, a punctual and precise bureaucrat. Rademacher was known to be a sloppy bureaucrat, and I pointed to a series of documents she would say this. May I add and remark that it would have been very easy for me to accept the contents of Rademacher's testimony in Nürnberg and to adopt this, but his testimony at that time is not in accordance with the facts. And the contents of this memorandum here shows clearly what the explanation was. Moreover, I am under oath here, I am testifying under oath that I shall go on doing this, and I state solemnly that I did not make that statement which is here attributed to me. It can be proved why these people were shot by whom and how. Whose handwriting are these words in? Does Rademacher have any reason in the world to write on an official letter received from the ambassador? These words which he at regards to you, I should admit that there is no court at that, he is not used to answer from his deeds during the work at the time. Why should he write down this remark? Oh ja, gerade das musste er machen, denn ein Weizsäcker selber war es gewesen, der sich die Herren, seine Herren im Auswärtigen Amt vorknöpfte und sie gewissermaßen zur Raison brachte, weil sie mit ihren Ausdrucksweisen und Vorschlägen zu weit gegangen sind. Und ich sagte schon, hier ist nichts naheliegender, als dass Rademacher die Akten korrigiert hat. Es ist nicht die erste Aktenkorrektur. Wann? Wann hat er sie korrigiert? Das weiß ich nicht jedenfalls um die Zeit sicherlich, als Weizsäcker hier seine Leute zur Raison gebracht hat. Und Aktenkorrekturen in Behörden ist in keinem Land etwas Neues. Dazu kommt ferner. Wenn ich die Macht gehabt hätte und hätte eine solche Anordnung treffen können, dann frage ich mich, wieso hat denn dann und warum hat denn der Arm dann die Stellen des Auswärtigen Amtes trotzdem und unabhängig davon noch solchen Wert draufgelegt, mit Heidrich die ganze Angelegenheit zu besprechen. Und warum werde ich nicht genannt in den Angelegenheiten, die sich dann in Serbien abspielten, als diese 1200 Juden wirklich erschossen wurden durch die Wehrmacht? Alles das glaube ich sind Beweise, dass ich, hier werde ich genannt, das ist richtig. Sonst habe ich in einem ganzen umfangreichen Aktenpaket, das aus vielen, vielen Akten besteht, werde ich mit keinem, mit keiner Wimper genannt, es sei denn ein einziges Mal, dass ich nach Serbien geschickt werden soll. Und selbst das wird rückgängig gemacht. Wenn die Gut-Nationen machen, es wird er proberen, Ja, ja! Es hat er mit diesem Gut-Nationen gemacht. Ja, ja! Das hat er gemacht. Es hat er gemacht! Nee, ja, juchte, das. Er kam einfach auf das. Er kam vor. Ja, ja. Er kam vor. Was er hatte diese Sache an. Er kam vor, warum er im Land jecheine zu tun, den Kamen zu sein, Und er sagte ihnen zu erklären, dass sie ihnen zu erzählen, dass sie zu weit weg sind. Das ist sehr plausibel und logisch. Therefore, Rademacher hat das FILE, retroactively. Wenn? Ich weiß nicht, wann. Ich glaube, nachdem ich gelernt, dass Rysika nicht glücklich war, dass die Menschen von den Ministerien abstehen von den Ministerien von der Ministerien, das ist ein Rettroaktive Korrektions in den FILE. Das passiert jeden Tag in allen Ländern. Das ist nichts neu. Das ist wie ich verstehe. Otherwise, warum die Ministerien von der Ministerien hatte, muss man in den FILE zu haben, und warum ist meine Name nicht mehr genannt hier? wenn die 1200 Menschen auf die Wehrmacht sind, in Serbien. Mein Name ist in einem anderen Ort, in all of these documents. All of this shows, yes, my name is mentioned only in this document, but it does not appear anywhere else in this entire complex of documents in Memorandau. Only once, when this is a question of the... Yes, later I was supposed to have been sent to Serbien, but even that was cancer. Now, let me, let's stop questions, I know you know the answer. I will put one question to you. Had this been a forgery, then Rademacher put yourself in danger, and I will not suggest to kill by shooting, correct? That's right, it's only when he made this report. And I can tell you that his own statement in Nuremberg, regarding this telephone, is very different than we have it here. That's right, it's not right, it's not right. He says that he talks to you about the phone, and he talks to you about the telephone, and he can speak to you about the word of the telephone, and he says to you about the phone, and you put the receiver down. Das ist ein ganz anderes Grund in Nürnberg, wie er hier angeht. Das ist ein ganz anderes Grund in Nürnberg. 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 Das ist ein ganz anderes Grund. Das ist ein ganz anderes Grund in Nürnberg. Das ist ein ganz anderes Grund. 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 Das ist ein ganz anderes Grund in Nürnberg. Das ist ein ganz anderes Grund. 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 Das ist ein ganz anderes Grund.